herzlich willkommen wieder auf mein genietes sessel und wir spielen heute mich auf dich wie immer und wir sind hier unterwegs wie sie sagen das haben ja das haben wir weiter dann sollen die ändern dies haben wir ich glaube sehr viele kühlen haben hier also ein für mich ich weiß ob er kann den oder nicht so so und die kürbiskerne da muss man die ein bisschen verarbeitet die kürbisse kartoffel lecker ein kartoffel sind die bescheuert aufpassen was ich finde ich alle kuppen wie die bücher sind sehr hoch kommen ist wichtig hier so ich weiß eigentlich will ich anders machen aber machen wir das schnell dann würde alles gut nicht essen auch alle ok noch ein bisschen haben wir schon gemacht jetzt hier kommen ja so da muss wenn das da 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 habe ich glaube von den karotten haben wir ein bisschen mehr als kartoffeln ja noch wenn wir am andere seite und glaube ich lange kann ich meine schon holen so ich weiß noch so die doch schlacht oder nicht wo sie vor oben schauen gut ist schon langsam empfiehlt von die kühen kommen machen wir das noch das kommt ja das kommt ja ok wir machen hier weizen und dann passt schon soweit ja so viel weizen sollte uns erreichen einmal habe ich das brauchen jetzt gerade und ich brauche ein nicht cool aussehen also ich habe selber wasser drin so ist gut aus und zure ups da habe ich vergessen hat gefehlt war mir klar wir sehen was gibt okay diese seite haben wir langsam sehr viel weizen ach nö egal machen wir das stück dem nächsten mal wenn wir wenn ich weiß abbauen dann will ich das machen da würde alles rechnen ich bin bei mir klar ist einfach viel zu viel so das haben wir stücke ich hier rein so ich weiß nicht muss ich von oben schauen ob ich sollte die schlachten oder nicht na ja es sind schon viele mal sind mal auf essen unser essen stand ok wir schlachten wir haben schon jetzt das ist unser allerletzten essen gerade das ist endlich so also es ist schlachter zeug bei der komisch fährt schlachter jeder kuh leder ich brauche ich auch keine sorge ist passionisch große schlachter habe ich kaputt gemacht o naja es regnet wieso regnet so so es ist langsam weniger sind aber es ist langsam weniger sind aber aber wie viel hatte ich ich glaube kann ich ganze tag schlachten ein paar stücke lasse ich üblich äh zum machen mir schütten mir schütze gar als ob immer so viel habe ich alter schweller also so viel so so ich wollte mich hier drauf ach haben aber trotz habe ich so viel habe ich so viel geschlagen und immer so viel aber glaube ich lange ist schon fertig weil ich wäre sehr gut lol ok hat ihr glück weil ich war nicht mehr alter dreistig ist vielleicht leck mich doch fett das reicht überhaupt das reicht für ganze familie das rein gold weg das rein hier und das noch hier da also also viel hat nie gesagt so stick ich habe ich irgendwelche da haben wir kein stick ist weil ihr verbraucht so einserreise und vollkommend so einserreise und haben wir schwer welche wollen wir so theoretisch das ist nochmal so erz genau gold mehr haben wir leider nicht gott sei dank so wir brauchen noch die kürbisse verarbeiten 24 nicht schlecht läuft so und jetzt ist es was wollte ich ahja den fuß raus blöd so wie ich sterb direkt direkt so 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 papier ich weiß nicht wie das war von oben und so ne ein buch boah nein ich muss mir erinnern wie das war ein buch zu machen ich war sicher das war ein das war ein buch da muss dabei sein das weiß ich papier nicht papier 3 papier ach so so läuft ok jetzt alles gut ok und äh so so, eil weg schön ach so Ich glaube, ich brauche mich an, was ich nicht. So. Okay, ich habe es zu viel, aber egal. Also. Alter, was explodiert da? Wollt ihr mich verarschen? Es ist ein Gewitter. Ich habe ein Gewitter. Natürlich nicht. Okay. Was? Ich habe ein Gewitter. Ich habe ein Gewitter. Wow. Okay. Ich habe ein Gewitter. egal es ist nicht nur zu viel aber immerhin baumwicht so ist fertig ich brauche mehr holze unbedingt vollholz da ist der meine zweite hälfte ich sage mir doch meine zweite hälfte ist er alter bums wie ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr Das soll hier reichen. Yay. Das ganze Holz mache ich hier rein. Oh, sonst glaube ich, werde ich bitte das gebaut. Das explodiert da. Ständig. Also. Hälfte haben wir uns schon durch. Das ist schon schön. Noch ein bisschen Schlag und dann haben wir komplett schon. Und dann kam ja neue Sachen produzieren. Yay. Nur wir dürfen nicht sterben. Das wird gut. Es ist ein Tag. Also Leute, ich werde sagen, das war es für diese Aufnahmen. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao. Tschüssi. Nach maintenir diese Aufnahmen. Shakti. Vielen Dank.